Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom HBSQ. Heute spielen wir Brawlhalla. Brawlhalla? 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 Das wurde sich in der Kommentare oft gewünscht und dadurch kennen wir das auch erst. Das wurde sich oft gewünscht? Echt? Mh, zumindest war es bei mir in den Kommentaren so. Einer. Ich würde es vergleichen, so ein bisschen wie Stickfight, es ist kostenlos. So ein bisschen wie Stickfight und Smash Bros. Was passiert jetzt hier? Oh mein Gott! Tobi, warte mal, lass mal Team machen! Ja warte, dann greif ich doch nicht an! Weg! Aus mich, ich bleib hier auf meiner Plattform. Nein! Tobi, Tobi, lass es! Ich hab meinen Charakter voll aus dem Blick verloren. Oh mein Gott, die Plattform fliegt runter. Waffel, Aua! Hey, komm ich! Ich dachte, wir machen Team! Okay, okay, okay Tobi, wir machen Team! Au! Alter! Cool! Hey, ich bin Edi, kommt da! Was passiert hier? Ich sehe gar nichts! Ich hab keine Ahnung! Oh fuck! Aua! Hey, warte mal, warte mal! Nein, Erik! Tobi, dein Ernst! Ja, warte, dein Ernst! Komm, Erik! Komm, Erik! Komm, Erik! Erik! Weg mit dir! Nein! Hey, die Knarren sind voll scheiße! Au! Ich will die nicht! Die Knarren sind kacke, aber der Raketenwerfer ist geil, Tobi! Ah, okay, mit LB kann man so Sachen wegwerfen, ist klar! Hey, Tobi, Pan, wie hast du das gemacht? Oh, was war das denn? Festgehalten, was war das? Achso, wenn man festhält, kann man auf... Wow! Ja! Aua! Aua! Was hat die Pan? Die hat mich schon wieder rausgeschossen! Die Dreckige! Ich hasse Pan! Nein, tut mir leid! Nein, nein, nein! Nein, nein! Ich hasse dich jetzt! Nein! Aua! Du Arschloch! Ey, ich beschöne dir die scheiß Pistolen! Wow! Was? Aua! 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 Mama hat gesagt, ich bin besonders! Ja! Besonderer Scheiße! Aua! Aua! Hey! So! Pistee! Boah, was? War's Curry, war's! Tschüss! Wie hast du das Ding gemacht? Alter! Wie hast du das Ding gemacht? Ich weiß es nicht! Ich drück irgendwas! Ich drück irgendwas! Boah! Ich drück irgendwas aus dem Weg! Pistee! 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 Aua! Oh mein Gott! Ich halte mich zurück! Ich bin komplett... Was wird Pistee los? Hey Curry! Ups! Nein! Warte mal! Pistee! 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 Oh mein Gott! Ich halte mich zurück! Ich bin komplett... Was wird Pistee los? Pistee! Pistee! Wuhu! Alter, wie macht ihr denn solche fette Angriffe, Mann? Ich bin auch so fette Angriffe, Mann! Ich bin auch so fette Angriffe, Mann! Nein! Pistee! Pistee! Das ist bescheuert, Alter! Pistee! Curry Curry hör mal auf, bitte! Hey, hey, warte mal! Okay, okay, Tobi! Okay, Tobi, wir hören auf! Aus an! Ey, weg! Aus dem Weg! Ich hab noch einen neben! Ja? Erik, bitte! Beruhig dich mal! Ich brauche mir eine Waffe holen! Nein, ich brauche eine Waffe hier, bitte! So! Aua! Wow! Alter, so! Ich bin weg! Boah, Alter! Pan, was hast du denn da für'n Hammer, man? Ja, das machen wir immer! Wie kannst du denn das nicht treffen? Ich hab mich auch schon tot! Die haben einen fetten Hammer, die Pan einfach! Pan, komm her! Curry machst du fertig! Das sag ich nicht oft! Das ist ein Film, was du hast, das willst du! Das stimmt gar nicht! Du bist ein Menschenfeind! Hilfe! Was? Hä? Glück gehabt! Schon wieder so'n fettes Ding! Kurze! Boah! Ey, Tobi, geh wo wir anders hin, mach mal was anderes! Ja, ich dachte, wir spielen jetzt auch was anderes! Vielleicht Worms oder so! Habt sich's doch die Community gewünscht! Ey, 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 ey! Ah! Weiter! Weg mit dir! Jetzt kommt sie schon wieder! Nein! Oh! Na gut, Curry gewinnt aber jeden Tag! Der spielt das jeden Tag! Ja, natürlich! Ja, sicher! Der spielt das jeden Tag! Harse, du übersteuerst ein bisschen! Tut mir leid! Echt? Ja! Ein bisschen! Warum? Du zahlst einfach zuviel Steuern, Erik! Du übersteuerst! Ja, das stimmt! Ja, ja, ja! Bitte lass die Scheiße! Hey, Curry! Curry! Hä? Möchten sie Currywurst zu ihrer Freundesliste hinzufügen? Hä? Nein, natürlich nicht! Hast du mich wieder entfernt? Nein, die noch nicht fertig! Hast du mich wieder entfernt? Nein! Aber wenn ich im Spiel mache Inspekt und dann mache ich Add to Friends, dann... So, hier! Next! Ja, pff! Alles klar! Ich steige! Ich werde niemals aufsteigen! Wollen wir einen anderen Modus mal ausprobieren oder wollen wir den nochmal? Ja, gerne! Können wir gerne machen! Also, mir ist egal! Ich bin offen für alles! Was heißt das jetzt? Dass ich sehr aktiv bin! Okay! Alles klar! Dann machen wir jetzt... Was auch immer passiert! Wir nehmen jetzt... Was ist denn Strikeout? Keine Ahnung! Ich weiß es nicht! Wir nehmen mal Brawl Ball! Oder? Brawl Ball! Brawl Ball! Brawl Ball! Team Damage off! Matchtime 15 Minuten! Was? Ne! Wir nehmen mal 5 Minuten! Wir probieren mal so ein paar Modus! Oh! Hat der denn das schon wieder? Hä? Was denn? Alter! Score to win 5! Warte mal! Ich hätt gern den hier! Die haben alle die gleiche Farbe, ne? Ich hätt gern dieses Skeletting, dass der aussieht wie Skeletor, Mann! Der ist geil! Hast du den auch? Alter! Hä? Alter! Hä? Ja, weil es jetzt Team gibt! Es gibt jetzt Teams! Ihr müsst nochmal joinen, Leute! Achso! Geil! Wir sind in einem Team! Pan! Wir sind in einem Team! Hä? Ich bin mit Curry in einem Team! Und ich bin auch rot! Ah! Achso! Ah! Achso! Ah! Alles klar! Aber keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen, ne? Ich weiß es nicht! Ich auch nicht Kevin! Ich hab... Wir sind in der Aufnahme, ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ähm! 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 3... 2... 1... Ja! Wo bin ich denn? Wir sind die Blauen hier drüben! Und scheinbar hat das irgendwas mit diesem Ding da in der Mitte zu tun! Wow! Ihr müsst das aufnehmen! Ah! Ich glaub eher, du musst ins andere Ding rüber! Nein! Du musst den hauen! Ja! Nein! Achso ist weg! Spielende! Komm, Erik! Ja, Mann! Nein! Sehr schön! Richtiger Running Back, Alter! Was ist denn jetzt? Wir haben Tor gemacht! Das ist Football! Ich hab keine Ahnung! Achso, das ist wie Football oder was? Han! Du bist jetzt... Du musst mich supporten! Da! Aua! Aaaaah! Komm mal bitte runter jetzt! Lass den Kerlin! Nein! Nimm den Ball! Nein! 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 Ja, schnapp ihn hier! Geil! Jetzt lauf! Ich mach dir fertig! Lauf! Lauf! Oh, Mipan, bitte! Was? Wieso wirft sie denn? Wie ging das denn? Aua! Nein! Nein! Ey! Das gibt's doch nicht! Warte mal! Nein! Boah, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das macht mehr Spaß wie das Hauptspiel, Alter. Oh, warte mal, wir haben den Ball. Okay, Pan, du musst jetzt... Du musst doch jetzt da ein bisschen... Kümmer dich um den Ball. Nein! Aua! Ja! 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 Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, Alter. Golazo, Golazo, Golazo. Okay, Pan. Uga, uga, uga. Uga, uga. Nein! Ja, jawoll! Oh, komm! Ich war durchgerannt. Okay, warte, Tobi, ich schnappe das nächste Mal wieder die Laffe, ne? Ich war prübel wieder, oder? Ja, ja, ja. Sehr geil durchgerannt. Warte, warte, hier ist der Ball. Können du den? Okay, Pan. Au! Nice, Erik! Nein! Sauber. Sehr schönes Ding. Alter! Was steht's denn hier? Man sieht gar nicht, wie ich... Okay, Tobi, du schnappst Ball, ich schnapp Waffe. Ja? Ich hab meine Lieblingswaffe! Aha! Tobi, komm jetzt! Oh, ich tue mir leid. Okay, Pan. Alles gut. Alles gut, alles gut. Was? Ich brauche! Hä? Pisse! Aua! Nein! Nice, Erik! Nice! Erik, nice! Ja! Geil! Oh, geil! Schön! Puh! Tobi, du Ball! Wenn die Deutschen so bei der WM spielen, ne? Hä? Was ist das? Was ist das? Ich hab gewonnen! Tobi, hey! Aale! 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 Super Deutschland! Super Deutschland! Ich will mal das spielen, das... Bombsket Brawl! Bumbsket Brawl oder so. Hä? Ich bin immer Level 1 und krieg immer XP, aber ich steige nie auf! Bumbsket Brawl! Match Time machen wir mal um 3 Minuten. Mal gucken, was da passiert. Alter! Was machen wir jetzt? Wen gibt's denn hier noch so? Ich hab keine Ahnung. Bombsket Brawl! Ich weiß nicht, was das für ein Modus ist. Wir gehen einfach mal alle durch. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn? Diana! Hä? Diana, Tobi! Geil, Tobi! Ey, nice, Tobi! Oh, ey, ey, ey! Ich will mal, ich will mal... Nehmen wir den da. Nimm mal D hier. Komm. Macht der Ehrig. Scarlett! Ei, geil! Jetzt bin ich dunkler. Hä? Wer ist das denn, Alter? Richtiger Brian Willi. Das Kind, Alter. Du hast doch keinen Dings ausgewählt, ne? Ey, die Pan muss... Ja, natürlich, Pan. Hä? Aber jetzt die Frauen... Was ist denn da los? Du, was müssen wir jetzt machen? Ich dachte, wir zeigen mal verschiedene Charaktere, aber nein. Ähm, was müssen wir jetzt machen? Was ist das denn? Was ist das für ein Modus? Ich hab keine Ahnung. Bombsket Ball. Ich weiß nicht, was jetzt hier der Sinn ist. Oh Gott! Curry, das ist nicht gut, dass wir das gleiche Skinder haben. Was? Was? This was my asshole. Ich glaube, ich muss hier bei dem das Ziel treffen, oder? Ich bin mir auch nicht, oder? Ja, wir müssen... Wir müssen die Zielstand kaputt machen. Hau ab! Ah, Mist! Oh, da ist eine Bombe. Heb sie wieder auf! Ah, Mist! Nein! Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh! Oh! Nein! Oh, da wird die hier die Bomben beladern. Nein! Die belagern hier voll die Bomben von unten. Ah! Oh, Steuerung hab ich hier absolut nicht drauf. Alter, das gibt's doch nicht. Warte mal, mach mir das bei uns die ganze Zeit, ich hab kein einziges... Nee, ich mach das auch. So. Nein! Oder, oder, wie hab ich die falsche Scheibe? Nein, rechts. Ja, du musst links. Rechts, rechts, links. Alter. Das ist gemein. Nein! Ficken! Ich hab halt keine Ahnung, wie es hier mit der Punktzahl aussieht. Das ist voll strange, man. Ey, weg! Nein, das gibt's doch nicht. Oh, geile Bombe! Ah, ich weiß nicht, wo ich bin, Tommy! Hey, wo bin ich? Wo bin ich? Das ist echt nicht gut. Alter, ich rastle euch aus. Nein! Ah, mir ist zu spät. Ihr müsst Punkte machen, ne? Ja, ich... Das ist absolut nicht meins hier. Ah, Mann, ey. Nein! Nein! Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Dirk Nowitzki! Ey, wie macht die das immer mit dem Tieren die ganze Zeit? Ich krieg das nicht hin! Wo bin ich? Scheiße. Hui! Tobi, Alter! Aua! Dirk Nowitzki! Oh, schau. Erik, ich lass dich mal aus Mitleid gewinnen. Ja! Was? 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 Finde ich aber voll gut... Ich bin ja so sauer, ey! Finde ich voll gut fahren. Das mach ich auch. Ja, dann mach doch. Mach das doch. Ja. Da. Ich... Ich treff das Ding nicht. Ich weiß nicht, wie ihr da... Wie ihr da alle genau draufzieht. Ich hab keine Ahnung. Gar nicht. Ich treff auch nicht, Alter. Ich bin... Ich treff's einfach nicht. Oh, das war voll verfehlt. Roland, ey. Nein! Mann! Mann! Hau ab, Tobi! Boah! Alter! Der war sick as fuck, Alter! Yeah! Hau ab, Tobi! Nein! Mann, ich wär daneben! Es ist nicht mein Spiel. Es ist echt nicht mein Spiel hier. Ich klub lieber den Erik weg. Oh, ich hab den abgewehrt! Wann hast du? Ich hab dich abgewehrt! Wer hat denn jetzt gewonnen? Wer hat gewonnen, Curry? Ich weiß nicht mal, warum. Curry, ich kann dich grad nicht hören. Ist grad eine ganz schlechte Verbindung, Curry. Ich hab die aber auch nicht. 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 Ich hab die auch nicht. Ich hab die auch nicht. Was denn? Curry, bist du noch da? Ja. Curry, ich hör dich grad nicht. Hallo, Tobi. Boah, die dreckige Lache, Alter. Okay, ich... Curry, wenn... Liebste ein anderer Charakter? Aber das war echt schwierig. Aber jetzt kann ich ja wieder Farben machen. Okay. Nee, ich spiel mal Snowball irgendwie, glaub ich. Dings. Okay. Oh Gott. Nein, ich will keinen Random. Ich will den hier machen. Rack! Ich bleib immer auf Level 1 stehen. Egal, egal, was. Ja, aber oben rechts müsste ein anderes Level sein. Ich hab hier schon Level 1.000 und das zählt einfach nicht weiter. Geil, Pahn. Gut gemacht. Was kommt jetzt? Kommt jetzt irgendwann... Erik hat wieder 3.000 Charaktere zuhause. Das dauert ein bisschen. Hä? Nee, ich guck doch grad nur. Achso, okay. Hä? Ich fand ihn ganz cool. Dieses Shirt, Mann. Pete. Dieses Shirt ist so geil, Alter. Was ist das jetzt für ein Modus? Was ist das für ein Modus? Snowbrawl. Kann ich dem Arsch. Aber wahrscheinlich müssen wir uns mit Schneebellen abwerfen, ne? Wahrscheinlich. Guck mal, Schneemann. 3, 2, 1, Brawl! Au! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Hä, wo bin ich? Au! Boah! Wer ist denn diese hässliche Kröte? Boah, keine Kröte! Warte mal, sind wir wieder alle gegeneinander oder im Team? Ja, alle gegeneinander! Okay, super! Ey! Curry, wir müssen reden! Was? Hier, steh mal! Ha ha ha! Ciao Curry! Boah! Nein! Fuck! Tag! Tobi! Tschuldi, guck mal! Alter! Es tut mir leid! Könnt ihr mir aber wenigstens wandeln lassen, ihr alten... Hey, Roland, hör auf! Schnauze! Shotgun! Tobi! Oh, das bin jetzt ich! Auf, Pan, hör mal bitte auf jetzt! Pan! Gott! Weg! Weg! Wer war das? Ah! Keine Ahnung! Neee! Ah! Pui! Ich raste aus! Ich raste aus! Curry, Entschuldigung! Alter, Tobi hat 23 Punkte! Alter, der geht doch richtig auf! Nein, Curry! Ha ha ha! Curry, Alter! Wie der den Schneeball noch nach oben wird! Hä, wieso bin ich mal unten irgendwo? Ah! Was ist hier los? Ich verstehe gar nichts mehr, ehrlich gesagt! Ich auch nicht! Wir haben sogar eine Übungsrunde, aber trotzdem ist zu viel! Ich will mich halt gar nicht mehr, Mann! Ich will mich halt gar nicht mehr, Mann! Ey, Eric, bitte! Eric, bitte! Was? Aua! Alter! Ich werde die ganze... Ja! Tobi, Alter! Aua! Was? Ey, ich raste euch aus, ne? Komm schon! Das muss ich! Aua! Nö, Alter! Wird mich grad nach unten geschossen! Isaiah! Ich glaub, es hackt! Aua! Wo bin ich? Scheiße! Ah! Alter, Curry! Hör mal, Curry! Hör mal auf jetzt, Curry, bitte! Warte mal! Ganz kurz sortiert, okay? Ganz kurz sortiert, Mann! Hör mal auf! Nein! Hör mal auf! Alter, wie? Wir könnten... Was? Boah! Alter! Der Curry, Alter! Hör mal auf! Alter, ich leb ja noch! Alter! Boah, Eric! Was war das denn mit dem Couch an? Alter! Boah, Alter! Ich flieg die ganze hier im Pinball! Hör mal auf! 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 Ich hab fett gewonnen! 61 Punkte, Alter! Alter! Ihr habt gerade beides Spiel vorher gewonnen, Mann! Ich bin auf dem vierten! Oh mein Gott! Hör mal auf! Ich ging grad so ein Pinball durch die Wannen, das ist so dick! Da sind G, Alter! Hör mal! Yeah, Level up! Wow! Alter, was zum Teufel war! Ich muss sagen, die Nebenspiel-Modi machen irgendwie mehr Spaß als das Hauptspiel! Ja, ne? Was ist denn? Dodgebomb? Komm, nimm mal Dodge Bomb, was auch immer das ist, ich hab keine Ahnung. Ich hab Angst. Und danach machen wir noch Peach Brawl und dann machen wir Ende. Peach Brawl. Nio, keine Handlung. Ich hab jetzt gar nicht richtig Bock auf einen Big Mac mit Pommes, ne? Alles klar, Tobi, gönn dir. Oh, Tobi, ey. Gönn dir, Tobi. Das würde ich jetzt sofort so essen. Ich bin ready. Ja, Sekunde. Ja, ich hab noch einen Tiefkühl-Lachs. Oh, lecker. Das freut mich für dich, Pan. Ich hab noch Bolognese. Mit Schafskäse aber. Boah, Ehring, Alter, Knarsch. Boah, ja, das ist aber... Guck mal, die Haare auf den Beinen, man. Pure Männlichkeit, ey. Curry, Curry, Curry. Was denn? Das ist nicht sein Bein. Die pure Männlichkeit. Es sind aber zwei. Jetzt versteh ich eigentlich. Du siehst aus wie der Typ von den Frosties, Alter. Ohne Scheiß. Was? Was ist das denn jetzt? What the fuck? Ich werde so sterben. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ja, genau. Aber sicher. Oh. Boah. Boah. Geh hier hin. Au. Geh bitte weg. Was passiert denn hier? Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, aber geh bitte einfach. Mann. Hab ich schon oft gehört, Tobi. Hab ich schon oft gehört. Was? Was passiert hier? Alter, ich kann das überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Spiel. Modi. Wer kommt denn hier? Modi. Da! Ah, bitte. Ich bin hier gelandet. Ich kann da nichts für, Mann. Scheiße. Alter, das gibt wir nicht. Nein! Ich falle mal runter. Das ist nicht meins. Nein! Das ist nicht meins. Von wem war die Bombe gerade? Aua! Züch, Digga. Züch. Alter, paren deinen fucking ernst? Das gibt's doch nicht. Nein, Erik! Nein! 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 Ich bin genau daneben gesegelt. Okay, ich bin gleich. Ich bin schon raus. Das ist nicht mein... Das ist nicht mein Spiel, Modi. Tut mir leid. Tut mir leid. Guck mal, wie er da drüben steht, ne? Und hat noch fast alle Leben, der alte Lauch, Junge. Hey! Ich hab zwei Leben. Was ist Curry? War der jeden abdüben? Halt dein Maul! Halt dein Maul, Tobi, Alter. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Tschüss! Boah, Alter! Scheiße! Scheiße, Mann! Sollt ihr hier nicht lachen! Ah! Au! Tobi, lass es! Curry, hör mal auf jetzt! Tobi, wir können doch... Warte mal, warum schmeiß ich denn die scheiß Bombe immer nach unten? Oh! Mann, das war nicht fair! Nur, ich hab keine Bombe! Tobi! Ah! Tobi! Warte mal, Curry! Ey, hör mal auf! Ah! Alter, was? Alter, was? Ah! Ah! Oh, okay! Jetzt verstehe ich ihn, Spielmunde! Ich sehe, wie es läuft! Oh, was? Oh nein, Ficky! Boah, alter Tobi! Wer war das? Curry war das, ne? Ja! Boah! Der alte Lausbub! Nein! Gah! Jetzt muss man den mal ein Ende setzen da drüben, das gibt's ja gar nicht. Hey! Nein! Nein! Warte mal! Nein! Was ist das? Oh, ich bin tot! Wir spielen! Kampf zwischen den beiden hier! Alter! Nein! 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 Ficken! 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 Nein! Ach, Tobi, bist du das? Ach so, der Game war Curry die ganze Zeit! Ach sooo! Schade, aber gut gespielt, ey! Ja, geht so! Score 9, Alter! Ach so! Warte, wir haben aber noch einen Modus, wir haben noch einen Modus! Ich bin gespannt! Das war nix meins, das war nix meins! Wir können zum Beispiel noch E-Sport spielen! 30 XP hab ich grad abgesahnt! Geil! Es gibt Teams und ich bin diesmal mit Erik im Team, warum auch immer? Tobi, es tut leid! Hä? Auf paar Nummer auf damit! Isaiah! Ich bin Isaiah, Mann! Jetzt kommt Eriks Charakter wieder, alle Trommelwirbel! Ich hoffe, ich hoffe, er nimmt den Bärtigen mit der fetten Brille! Oh, oh! Okay, okay! Wir können auch eben um die Ecke verschwinden, wenn du willst! Ich bin auch ne richtige Queen! Aber die Haare an den Beinen hab ich immer noch! Das ist alles Fell, das Fell! Oh, Curry und... Curry und Tobi spielen denselben? Nein! Was ist das? Ach, guck mal! 3, 2, 1! Ich sehe Titten! Ich werde es schaffen! Ah, nein! Hä? Okay, ich bleib hinten, ich bleib hinten! Nein! Wir haben Wasserbomben! Oh Gott, das ist aber ungewohnt! Nein, nein! Scheiße, ich hab einen Eingangler geschossen! Glaube ich! Ich bin mir nicht sicher! So, dafür hab ich aber 2 rein! Wuhu! Und wieder ein! Und wieder ein! Nein, komm in die Scheiße! Nein, Kacke! Nein! Alter, komm her! Nein! Ja! Ja! So, direkt rein! Direkt rein von oben! So, direkt rein! Und direkt rein! Und rein! Nein! Scheiße! Rein! Rein, rein, rein! Direkt rein! Direkt rein haste recht! Pan haste recht! Rein mit der Scheiße! Rein mit dem Ball! Scheiße! Alter, das gibt's doch nicht! Alter, what the fuck! Nein! Ja, nice! So gefällt mir das! Erich, gut gemacht! Gut gemacht, Erik! Gut gemacht! Nein, mit dem Scheiße! Scheiße, Curry! Ich hab ihn! Geil Curry, geil rausgeholt! Nein, fuck! Nein! Nein damit, okay! Zack, direkt weiter! Da fand ich Headball irgendwie cooler! Ne! Tobi! Ich hab gehört, ein bekannter YouTuber hat das gesch- Das war sogar... Erzähl schnell die Geschichte, damit du abgelenkt bist! Warte! Nee! Nee, nee, nee! Lass mich ablenken! Alter, Erik, du hast 13 Punkte! Weiter so, Mann! Du bist der Goalkitter! Boah, hör auf den Erik zu motivieren! Was soll die Scheiße! Nein, der ist in meinem Team! Lass das, Fran! Hör auf Arschloch, Fran! Tobi, du bist nicht besser aus als Curry! Geil, danke, Fran! Das ist wirklich mein echt schönes Kompliment! Boah, was ist denn hier los? Three! Two! Komm, Erik! Halt durch! Das war aber knapp, oder? Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Ja, Erik! Wir haben gewonnen! Das war jetzt aber echt knapp! Oh! 26 zu 25! Alter! Ja, sag ich auch, ey! Aber ey! Oh! GG, Alter! Nee! GG? Nee! Boah, cool! Was denn? Was los? Das war gut gemacht, Erik! Das muss ich sagen, Hammer! Curry, wir sollten auf der Mal was zusammenspielen! Hammer, ja! Ich find's aber gut, wie du Curry einfach durch die Folgen durchziehst! So einfach, weißt du? Weil er kann ja nicht so viel! Und deswegen finde ich's gut, Erik, dass du dem Curry hilfst! Was gehst du eigentlich jetzt in Frontmo- Sag mal, bist du fertig mit der Welt, oder was? Was willst du von mir, Alter? Lass doch nochmal Murder-Personalty! Aber ich muss sagen, die Pan, Tobi, die Pan hat dich auch grad gut durchgezogen! Ja, das stimmt, das stimmt! Die hat dich richtig gut durchgenommen da, ne? Die Pan hat dich richtig gut durch die Feuer gezogen! Hä? Ja, auf die Fresse! Ah klar! Bin ich dabei! An dem ich auch einen anderen Charakter habe! Ja! 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 Was? Der ist vollkommen kaputt! Bobby, lass den Scheiß! Lass den Scheiß! Du brauchst ihn gar nicht probieren! Curry, komm, bitte jetzt! Bleib doch mal! Oh, ich hab jetzt werden! Bäh! Bäh! Was willst du denn jetzt? Boah, Alter! Du kriegst gleich mein Fenster! Das war mal in dein Gesicht, Alter! Was? Da ist mein Schiss! Nichts dagegen! Guck mal! Soll brauner Schiss reloaded, Alter! Der goldbrauner Schiss! Oh, weißt du noch! Ja! Der goldbrauner Schiss! Ja, endlich! Bobby, die glücklicher Pisser! Komm her! Okay, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wer ich bin, Alter! Ich muss erstmal gucken, wo ich bin! Ah ja, hier bin ich! Die goldene Hure da, das ist Curry! Alter, was? Goldene Hure? Ja! Komm her! So im westsibirischen Wanderpuff bist du aufgewachsen! Alter, seid ihr... Haha! Pan, hau ab! Boah, die Pan, ey! Lass das mal jetzt! Aua, Pan! Oh! Aua! Was? Was? Alter, Pan, ist das ein fucking ernst? Ah! Wow, ey! Nein! Können wir das nicht machen, danke! Ey, ey, ey! Nicht jetzt, wo ich ne gute Waffe habe, ja? Da bin ich! Oh, ich lege! Alter! Jetzt, komm mal ab jetzt! Komm! Piss dich mal jetzt! Alter, du bist so ein Wichser! Oh, bist du tot! Du bist so ein Trinker-Pisser, Alter! Halt dein Maul, Tobi! Haha! Also ich dachte, wir hätten was Besonderes, aber nee! Hä, du fängst immer wieder an mich zu schlagen! Ja, ich bin wieder, ich bin wieder gewesen, genau! Ja! Immer die anderen, innocent, Alter! Ey! Hey! Oh! Erfilled! Das ist für mich jetzt ein ziemlich unlustischer Paar, rohe! Ohohohohohohohoho! Erinnröck bitte! Aaaah! Was? Ich komme auf der Freize hier! Hey! Hä, wie hast du mich denn nach oben aus dem Wildschirm gekloppt? Wohohohohohohohohohohoh Hollhohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich bin tot. Alles klar Tobi, hau auf. Alter, Erik kommt mit der Schlange. Natürlich, da meine Hosenschlange. Boah, ich schmecke mal eine Hosenschlange. Ah, was? Da war die Rache. Wow, Paden. Finde ich nicht. Ne, finde ich nicht gut. Bin ich scheiße, was ist normal? Alle dürfen gewinnen und Tobi nicht. Hä, Tobi? Ja. Ach so. Jawoll, Paden. Genau so. Jawoll, Paden. Okay, Erik hat noch zwei Leben, sehr gut. Jetzt alle auf Tobi bitte, damit der schon mal raus ist. Aber Tobi ist schon raus, oder? Ich bin raus, ich bin raus. Ach so. Jawoll, hau rein Tobi. Okay, jetzt aber. Oh, jetzt bin ich spannend. Oh. 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 Wie er sich da rettet. Was für eine Kombination. Wow. Scheiße. Boah, Paden ey. Das letzte Leben entscheidet immer. Das letzte Leben entscheidet immer. Das letzte Leben entscheidet immer. Alter, Paden, kannst du mich noch auf euch mal landen lassen? Oh mein Gott. Oh Gott. Wow. Ich hab mir eine Scheißwaffe aufgehoben. Scheiße. Was machen die da? Ey, jetzt stirbt der auf den Sieg. Oh, oh, oh. Irgendwie ist Paden ganz... Hä, was hab ich da gerade gemacht? Mit LB kannst du die Waffe wegschmeißen, ne? Ey, gib dir geilen Tipps. Oh, die Bombe. Oh. Ich dachte, ich wüsste das. Nö. Hat's nur vergessen so, weißt du. Oh, jetzt geht's los. Aber ein bisschen Spannung hier reinbringen. Tobi ey, das ist so spannend, ey. Ich fühl das. Bei diesem Horn, wenn ihr das aufhebt, kommt dieser Feuerdrache. Nee. Jetzt reicht's mir langsam, Tobi. Nee, ich sag das ja nur. Feuerdrache. Oh. Ist der Tobi kurz durchs Bildschirm gefurzt? Oh. Alter. Boah. Mir flattert schon wieder die Mösehiel, meine Damen und Herren. Guck mal, ich kann das bis hier riechen, ey. Riechst das? Riechst das? Boah, Alter. Ich dachte, das wär mein Ventilator. Oh. Heftig. 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 Hintest du nicht. Nee. Bitter Scheisshammer. Bitter Scheisshammer. Bitter Scheisshammer. Boah. Boah. Alter. So lästig einfach. Alter. Mach ich keinen GG, Alter. Keine GG. Oh, Haas. Alter, mit einem Kackhammer. Du hast keinen Charakter gewechselt. Kein einziges Mal. Der Konk ist so böse. Der freut sich nur, wenn der selber gewinnt. Ja, tschüss, ne? Boah, meine Hand ist so am Schwitzen, ey. Krass. Nur die Hand. Alles. Schwacke. Ich wollte gerade Schwacke sagen. Die Schwacke-Liste. Okay. Wow, 35 Minuten. Achso, es ist keiner mehr da. Muss wir jetzt raus, alle? Ich glaube, wir sind raus, ja. Achso, haben wir uns schon verabschiedet? Nee. Wir sind schon fertig. Du kannst gerne damit anfangen, Erik. Ich spiele jetzt alleine mit mir, offenbar. Du spielst mit dir. Ja, da wollte ich noch eine Aufnahme haben. Aber jetzt geht die halt noch eine Stunde. War schön. Boah, macht echt Spaß. Alles klar, Tobi. Postloses Game übrigens. Kostloses Game, wollte ich mal kurz sagen. Wobei, ich finde die Skins sind echt teuer. Ja, die Skins sind echt teuer, finde ich. Hier, ich zeig die gerade noch mal ganz kurz. Ich zeig die auch ganz schnell, damit er nicht auf den Channel kommt. Ja, ich zeig die auch bei mir. Ich zeig euch sogar, ich zeig euch sogar, wie man die kaufen kann. Und dann gibt es noch diese Beleidigungen hier. Guck mal, Shrack zum Beispiel, Rock oder Paper. Vor allem kann man unten bei Special Offer, gibt es alle Legenden, die kann man sich alle kaufen. Oh krass, hab ich jetzt auch im Bild gerade. Und Sidekicks, das sind die, die mal wieder ins Bild holen. Ne, hier guck mal, da gibt es auch ganz cool hier. Oh, Wahnsinn. Und richtig geile Avatare gibt es auch. Hier hat der dicke Erik natürlich auch schon, ne? Richtig geile Core Offer, Force Applaus, Partytime, Highscore, Pastoral Prisoners, alles dabei. Farben auch. Und Avatare, gut, die sind nicht so spannend. Aber die Ranked Sachen hat der dicke Erik natürlich auch schon, ne? Mega geil. Podium. Das ist sehr schön, leuchtet auch sehr hell. Ich hab auch schon Legend, ich weiß aber gar nicht. Das ist einfach der Wahnsinn. Ach, man kann alle Legends kaufen hier. Ich mach jetzt gerade mal ein Kisten Opening. Ähm, hier, Dragon Chest, Open Chest. Oh krass, was ich da gerade gezogen habe. Wahnsinn. Göring ist schon drin, den Pack Opening, Alter. Den hab ich extra für euch. Hab ich den hier geholt, you already owned a skin. Hab ich extra für euch natürlich an Terz, ja? Hab ich natürlich vorhin geholt, ja? Alles klar, an Terz, wie der geteater Community. Und hier auch natürlich Apokalypse Mirage, ne? Auch geil. Guck mal, einfach 1000 Euro Pack Opening, Alter. Ja, ich hab gerade die Kisten geöffnet, hab gewonnen. Träumchen. Ja, tschüss, ne? So, alles klar, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Ähm, und dann bis zur nächsten Folge, bei mir auf dem Channel. Tschüss. Da oben steht übrigens... Oh krass, da oben die Ecke, das ist Wahnsinn. Da oben, da oben steht übrigens, wenn ihr in den Shop geht, steht, Welcome to Malhalla. Was? Mal, Mel, ne Mal. Wie, wie Walhalla. Ach, Malhalla. Ja, wegen Shop und sowas. Voll geil. Ich find das lustig, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, lass doch mal lieber was anderes spielen, denn das spielt Tobi nicht, deswegen sehen wir in der nächsten... Frust abbauen, reingeschauen. Tschüss. Tschüss.